Im heutigen Video geht es um die Hornhautverkrümmung. Was sind die Ursachen für deine Hornhautverkrümmung und was kannst du selbst dagegen tun? Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Silvia, ganzheitliche Sehtrainerin. Ja, was ist eigentlich eine Hornhautverkrümmung? Die Hornhaut, die sitzt vorne auf deinem Auge. Wenn du dir den Hochkant anschaust, siehst du, das ist wie so eine Kuppel und da kommt das Licht herein. Bei einer Hornhautverkrümmung ist tatsächlich diese Kuppel nicht gleichmäßig, sondern sie hat wie so Einbuchtungen. Also wenn du von oben drauf schauen würdest, dann sieht das aus wie so eine topografische Wanderkarte mit Täler und Bergen. Und da wird natürlich das Licht unterschiedlich dran gebrochen. Man spricht bei der Hornhautverkrümmung auch von Stabsichtigkeit, da du einen Punkt als Linie oder als Stab wahrnimmst. Du kannst es dir auch vorstellen, wie wenn du ein Zelt aufbaust und die Zeltschnüre, die sind unterschiedlich gespannt und dadurch entsteht diese unebene Form der Hornhaut. Und was entspricht den Zeltschnüren? Das sind deine äußeren Augenmuskeln. Und die ziehen eventuell unregelmäßig, also ungleich an deiner Hornhaut. Und die sind ja am Augapfel fest und ziehen da dran und das beeinflusst deine Hornhaut, weil die ist Teil deines Augapfels. Es gibt also zwei Ursachen für eine Hornhautverkrümmung. Das eine ist die körperliche Ursache und das andere ist die mentale Ursache. Da komme ich gleich noch drauf. Körperlich heißt es, deine Augenmuskeln sind verkrampft und ziehen eben in die eine oder andere Richtung, mehr oder weniger. Im normalsichtigen Auge ist das völlig normal und ändert sich von Minute zu Minute. Also eine leichte Hornhautverkrümmung hat jeder, weil wir fühlen uns mal so oder so. Komme ich gleich nochmal drauf beim mentalen Aspekt. Körperlich beruht die Hornhautverkrümmung auf einem schlechten Zusammenspiel oder gar keinem Zusammenspiel zwischen Augenmuskulatur, Halsmuskulatur und der kompletten Körperhaltung. Das heißt, wenn du deinen Hals zum Beispiel festhältst, während du liest und du nur die Augen in diese Richtung bewegst und nicht den Hals mitbewegst, während du über die Zeilen gleitest, dann kannst du dir wunderbar eine Hornhautverkrümmung genau in dieser Achse produzieren. Andersherum ist es auch so, dass wir uns unterschiedlich fühlen, Gefühle im Spiel sind und die Augenmuskeln tatsächlich mit Gefühlen und mit Stimmung zusammenhängen. Das heißt, auch da passiert eben etwas und wir fühlen uns eben nicht in jedem Moment gleich. Das ist ein Wechselspiel. Das heißt, eine Ursache ist also tatsächlich wirklich tiefgreifende Erfahrungen in deinem Leben, die als Traumata abgespalten wurden, beeinflussen deine Augenmuskeln und halten eventuell in der einen oder anderen Richtung fest in Anspannung, in Form von Anspannung. Es können aber auch einfach sonstige Erlebnisse, die du gehabt hast, dann ist eventuell da noch ein Rest, ein Restgefühl, ein steckengebliebenes Gefühl. Da habe ich ja schon ein anderes Video dazu gemacht, was noch gespeichert ist. Es lohnt sich also, dieses Gefühl dann eben endlich rauszulassen und dann kann sich auch die Hornhautverkrümmung verändern. Und natürlich auch jetzt in diesem Moment dein Gefühl. In diesem Moment, wie fühlst du dich gerade, was passiert gerade in deinem Leben? Das hat direkte Auswirkungen immer auf die Augenmuskeln. Wie weißt du denn überhaupt, ob du eine Hornhautverkrümmung hast? Dazu gibt es ein Tool, das blende ich dir jetzt gleich auch ein, den sogenannten Astigmatismus-Spiegel. Da schaust du einfach drauf und beobachtest. Die Linien sind übrigens garantiert alle gleich schwarz und alle im gleichen Abstand. Wenn du etwas anderes siehst, dann hast du eine Hornhautverkrümmung. Es kann also sein, dass du entweder die Strahlen unterschiedlich weit voneinander weg siehst oder aber auch, dass manche Schwärze erscheinen oder manche Blässer oder Grauer. Und die Richtung, die du dann eben siehst, das ist eben die Achse. Die Hornhautverkrümmung hat also eine Richtung. Diesen Astigmatismus-Spiegel, den findest du in meinem Blogartikel auch. Ich verlinke dir den hier unten nochmal und kannst da in aller Ruhe dir das auch nochmal anschauen, wenn dir das jetzt zu schnell war. Was kannst du jetzt selbst tun bei Hornhautverkrümmung? Im Internet, im Netz findest du, wenn du suchst nach Hornhautverkrümmung und Ursache, ganz viele Einträge, dass es vererbt wäre und man nichts machen kann. Es ist quasi fest. Das stimmt so nicht. Du kannst was selbst machen aus diesen Gründen, die ich dir gerade erläutert habe. Und dazu gibt es tatsächlich auch Studien, die das belegt haben und es gibt viele Beispiele, die ihrer Hornhautverkrümmung auch wieder losgeworden sind, in denen du Übungen machst. Das geht tatsächlich relativ leicht. Ja, das ist wirklich nicht über eine lange Zeit, dass du das machst. Es geht darum, dass du die äußeren Augenmuskeln wieder geschmeidig bekommst. Das heißt, das sind Übungen, wo du eben diese Muskulatur auch bewegst in einer bestimmten Art und Weise. Und natürlich, dass du eventuell mit alten Baustellen auch etwas aufräumst und dir da eventuell Unterstützung suchst. Noch ein Wort zu Astigmatismuskorrektur in den Brillengläsern. Du solltest eine leichte Hornhautverkrümmung nicht im Brillenglas korrigieren lassen, weil die manifestiert sich dann. Das heißt, das führt dann zu einer chronischen Verspannung in diese Richtung, weil vielleicht war das jetzt gerade nur bei der Messung so. Und fünf Minuten später ist es schon wieder anders. Schau, ob das überhaupt notwendig ist und kümmere dich lieber darum, dass du die Hornhautverkrümmung wieder los wirst. Schreib mal in den Kommentar, hast du eine Brille mit Hornhautverkrümmungskorrektur drin? Und welche Fragen hast du eventuell dazu? Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkle bringen und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!